Mit dem Schuss, viel Verkehr vor Hannuljag, aber kein Glück für Frankfurt. Der nächste Anlauf der Löwen, in der Mitte Lisegang, legt nochmal ab, Tor! Das ist das 1 zu 1. Matt Pistilli und was für ein Auge von Nils Lisegang, der leitet die Scheibe aus der Mitte, mit einer Bewegung direkt weiter, Matt Pistilli drückt ab. Und der Torjäger der Löwen besorgt den Ausgleich. Hier, dieser Pass war Zucker, das muss man einfach sagen. Das muss man halt bloß so anerkennen. Perfekt ausgespielt. Das war ein Träumchen von Tor. Hannuljag hat da keine Möglichkeit, der ist in die Mitte, ist ein Stück rausgefahren. Und nach einigen Chancen, die die Löwen ja bisher liegen gelassen haben, jetzt das 1 zu 1, der Ausgleich. Das muss man lassen sich ange behaved. Vielen Dank!